Okay, dann... Du stehst bestimmt die ganze Zeit hier irgendwo schon. Nein! Hab ich zu deinem Schiff... Lichtblänzen sehen, Alter. Oh, das ist schon ein bisschen räumig, ne? Oh, das ist schon ein bisschen räumig, ne? Da eben, natürlich schon mal hin. Hahaha. War der No-Scope? Nee. Alter, ohne Spaß, ich bin gerade weggegangen. Ich weiß, ich hab dich vorher schon gesehen. Nein, du bist so heiß, ne? Nein! Nein! Ja! Ich hab dich aufgeschlagen. Hahaha. Nee, es ist egal. Er hebt da richtig ab, ey. That's a clean kill. Wow. Was denn? Der Peak war gut, ne? Ja, ich hab dich kaum gesehen. Ey, ich blieb wieder hin. Die letzten Sekunde guckt er halt wieder an, Alter. Ich guck da hin und guck wieder weg. Er nicht. Nein! Was? Was? Du Murensohn. Nein! Nein! Nein, lauf! Guck draus! Ich denke mir, ja, jetzt läuft er raus. Hahaha. Hahaha. Nein! Kann man schon mal hipmachen. Hab ich dich gehippt, Marc? Ja. Durch das Auto halt. Ich wuß das. Halt E 느낌. Du hässliches Dreckskind. Alter, ich hab dich übelst geblieben, Mann! Aber leider bist du nicht reingelaufen. Da kann man natürlich schon mal hin-aimt und warten. Hey, wo aus dem Löcher kommt er wieder? Und am Ende, ich schwöre, am Ende... Was? Na, ich merk schon, am Ende verkack ich immer. Neeeein! Fuck! Ah, hier descohnt er ganz hinten. Du darfst dich dann mal auch aus der Ecke wegbewegen. Fuck, Mann, Alter. Fuck! Willst du mich verarschen? Das zählt nicht! Ich darf dich killen! Ja, die Schnürze! Nein! Nein! Ja! 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 Ich hab gewonnen! Mit einem Kill! Ich hab gewonnen! Ey, Junge, wir haben schlechte Punktzahl! Was? Ich hab'n Kill mehr als du! Wie, du hast gewonnen? Wieso steht oben? Wieso steht oben? Du, ich hab gewonnen... Was? Nochmal! Puh! Okay! Scheid's around! Nein! Das zählt nicht! Das war Warm-up! Ja, ja! Ja, da kann man doch schon mal richtig dreist piken, Mann! Was? Ja! Ich hab'n... Ja! ...fuck'u! Er gibt die Reckschelle, Mann, du... ...und... Jetzt ist aber einer sauer! Er sieht mich halt immer zuerst, Mann! Es ist vielleicht irgendwas für herz, herz! Schönes Scope rumlaufen, wie ein 1.6. Da kann man schon mal Sans Pick anwenden. Schönes Scope. Ey, was? Ey, teleportiert sich. Ey, die springen auch rum und wir sind bescheuert. Nein! Ey, ist das dein Ernst, oder? Ja! Ey, das ist doch nicht dein Ernst, Mann! Du bist so ein hässlicher... Nein! Er steht da wirklich! Ich aim da extra die Kante ab und er steht mitten... Möchtest du mich verarschen? Er schießt einfach nicht ab! Was ist so ein HS? Bückt er sich da! Loll! Oh, nein! Nein! Nein, nein, nein! Was?! Hör auch so zu peaken! Das ist wies, ne? Machst du nämlich auch so! Jaaa! So ein Benatar, Mann! So ein Benatar, Spaß! Jaaa! Das läuft jetzt 10 Meter raus! Ich fände deinen Vater, Alter! Die Idee, ich schwöre dir! Hör auf zu spawn trappen! Mann! Ich höre dich da halt, Mann! Gern das gemacht! Wusstest du eigentlich, dass über der Midsommernacht ein Liebessauber liegen soll? Glaubst du nicht? Oh, Mann! Ich wusste, du bist da hinten! Aber ich aim da natürlich nicht ab, weil du anders sein kannst! Bei deinem IKEA und auf ikea.de Jaaa! Kommode, Alter! Geht so nicht weiter! Ähm, was denn? Du bist seit Tagen überschollen! Nicht auf Spacebook oder Splitter! Und meine Freundschaftsanfrage auf Usuru hast du auch nicht angenommen! Das ist eine neue! Stimmt! Ähm, meine Surfdaten sind mal wieder alle, aber... Wollen wir uns mal live kennenlernen? Ich geb's auf, Alter! Nee! Er läuft einfach vor mir rum! Sicher! 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 Sicherlich! Ich schwöre, langsam werd ich mad! Ich weiß, die Musik soll mal wieder gehen! Ich weiß, die ist so heftig, ne? Da bringt der Chess Jump auch nichts mehr! Da bringt der Chess Jump auch nichts mehr! Ja! Was?! Das war natürlich klar! Das war'n Flick! Das war'n Flick! Das war'n Flick! Das war'n Flick! Nein! Danke! Du wusstest, dass ich da pieke, ne? Ja! Weil du das so geil findest, glaub ich! Nein, ich lege dich, ich lege dich. Ey, das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Willst du mich verarschen? Komm raus jetzt. Ich schieße nicht mehr, ich schieße einfach nicht mehr. Ich bin tausendmal drauf, ich wechsle einfach Waffe. Ich bin die ganze Zeit drauf, das ist so heftig. Ich bin so heftig drauf, aber ich weiß nicht, warum ich nicht treffe. Und dann kommt so ein HS, Alter. Und jetzt hat er wieder 4 Kills Vorsprung. Nein. 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 Was? Ich hasse es, wenn du dich da so weit rausstellst, das kann man nicht predikten. So unnötig, oh mein Gott. Ey, Sven, kommst du da überhaupt hin? Nein, ich war gerade am Nachladen. Komm her! Ja! Nein! Oh mein Gott. In der letzten Sekunde, Alter. Okay. 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 Okay.